Äh, der fährt weiter, wenn du schießt, ne? Ja, der ist weggefahren. Aber da war noch einer drin. Kann ich ziffieren, oder nicht? Nein, hast du nicht. Du warst auf einmal weg. Ich wollte'n ziffieren. Aber das hat dich so angebohnt, du hast direkt nebendran gestanden. Dann musst du dich schnell reagieren. Aber ich weiß nicht, was mich getötet hat, warum ich ihn nicht getötet habe. Nochmal? Ja, diesmal wieder mit Helvet, weil da unten sind schon Panzer. Ja, eben. Sonst kann man mit der Helvet auch killen lassen. So viel Infanterie war da jetzt auch nicht, als dass die Kartetsche das so effizient wär. Hm. Hm? 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 Das ging zwar den ganzen Abend, ich habe gemerkt. So, wollen wir mal hören, was der hier so will. Warte, ich nehm jetzt ab, warte. Mosse. Aber es ist nix da, was wir beschießen können. Doch, da ist anders hin, welche, aber... Was? Nutella? Den hab ich überfahren. Der uns einen Schaden gemacht hat. Warte, ich geh auf 3 und rapp. Jetzt steig aus. Ich rapp doch schon. Ja, aber da geht's viel schneller, wenn du aussteigst. Oh Gott, was über uns ist. Ja, eben. Fahr weg, fahr weg. Es sind zwei Galaxy's. Der Sanderer. Zwei Galaxy's Niveau. Der Sanderer. Der Sanderer. Der Sanderer. Der Sanderer. Der Sanderer. Ach du Scheiße. Er hat Einsatzschild, da haben wir keine Chance. Wenn wir hinfahren, C4, ein Unheilbert. Dann ist das Einsatzschild vielleicht geradezu kaputt. Ach so. Oh oh. Ach so, es war ne Dachlandung, ich dachte eigentlich. Oh oh, kann ich aussteigen? Ja, wenn wir explodieren, so schon. Und ich hab's gerettet. Renn hin und rapp. Ja, ich bin dabei. Es ist quasi leer. Ja. Boah. Wannst du mir jetzt was sagen? Du bist vor mir ausgestiegen. Ich will nix hören. Dass du vor mir ausgestiegen bist. Ja, aber da kann man auch, wenn man drin sitzt, nix machen. Aber wenn man kämpft, dann bleibt man sitzen. Komm schon gleich da, das Ding. Ist die Schwachstelle, was du pifst oder die Front? Ich weiß es nicht, ich bin so weit weg. Kriegst du einen Volltreffer oder nicht? Er ist weg. Und mit Wann war noch einer drin gesessen? Und da ist ein Harasser. Ah, super. Der fährt weiter mit Geschießt, ne? Ja, der ist weggefahren. Aber da war noch einer drin gesessen in dem Panzer. Keine Ahnung, ein IFK. Der steht hier ja auch irgendwo, wo er nicht stehen sollte. Von der Hanu-Base. Heißt Terraner. Na ja, und zwar, ich weiß, ob man lieber auf den Boden ist. Ja, ich mach Kuh. Na ja, auf jeden Fall hätte ich das stehen verfahren. Da unten ist einer zum Überfahren, ich hab markiert. Was? Da unten ist einer zum Überfahren? Ich kann jeden überfahren, theoretisch. Da unten, der Sandy. Na ja, scheißegal. Auf jeden Fall die größten... Haben Killes. Das ist ja nichts, was hat auf den Pärze passiert, ja? Äh, Harry. Der Lauter MacRider. Hinter uns hat uns irgendwas geschossen. Was ist denn das? Flugzeug. Vor uns ist was, was da brennt, was? Und davon ist... Ja. Entschuldigung, ich hab kein anderes Problem. Ich seh nix, wenn ich den Scheiß raus seh. Ich seh nix. Das ist eigentlich mehr damit gemeint, äh, der Phil hat das nicht so wirklich verstanden. Das ist, wenn du ob der Tonle... Ja, fahr, fahr, fahr. Okay, hock rein. Hock rein. Und wa... Die Mosse hier niemanden, die verjagen will. Das wundert mich ja hier ein bisschen. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. So, jetzt pushen unsere Leute wieder die Alloys. Dann gehen wir die Alloys nochmal. Weil das unten kriegen wir eh nicht, da sind die Tirana dran. Aber wir müssen eigentlich... Nee, East Canyon müssen wir verteidigen, oben. Na, ich verlege. Ich zieh da wieder ne Max. Glaube ich, wenn ich die Punkte hab... Äh, nee, hab ich nicht. So. Wir haben viele Panzer hier, aber wir flippen grad den A-Punkt. Bin auch da. Team Vanguards. Lightning Kill, Bitches. Und Nemesis Kill auch noch. Ich hab ne scheiß Infanterie geschützt draus, bringt mir nicht viel hier. Aber ich bin immer noch positiv, das wundert mich auch so'n bisschen. Nee, du hast mit dem Max ordentlich was weggeschrotzt. Hm, so gut war das gar nicht. Wird das, dass es Max war? Ah, die holen den A-Punkt wieder. Die haben drüben jetzt ne Sunderer, das ist nicht gut. Neuschinski? Ach du Scheiße. Neuschinski? Ja, wir müssen da rüber. Oh wir haben auch nur 30% Kontinent-Bezwöckung, das gewinnen wir eh nicht. Boah, verdammt. War fast oben. Das ist jetzt doof, ne? Galaxy dropped noch. Wenn man hier so hart gelächert... Ist die noch da? Die Galaxy ist immer noch da. Ja, Galaxy ist weg. So, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen Infanterie kleiner kriegen da. Ja, ist das ein Genie, das andere Down machen, da ist klar. Wenn man nah genug rankommt. Ja, die mit der Phoenix können sie den wirklich Down machen. Also hör auf, ist klar, sie sagen, die schießen da gerade mit acht Paketen davon drauf. Die, 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 die nicht, die nicht leben, nicht leben, nicht leben, ach man. Da kommen wir nicht rüber. Ich war drüben über ein anderes Gebäude. Kurz. Jetzt sind wir nachlässigend kurz. was wir mal von hier oben aber jetzt haben die maxis ein gutes blatt hunders kriegt man es durch ja sonst mit unserem der hockt eigentlich in einer flack drin ist mal wo er ist wo ist denn der scheiß sandi na jungs alles fritt im schritt in c4 von hinten rankommen und schön c4 in die gruppe reingeschmissen das sind jetzt zwei sandys kriegst nicht da und ich glaube das schafft man nicht eigentlich gar nicht vor allem haben wir uns auch schon fast in den von den fest gesetzt galaxy hat nachschub gebracht ach du scheiß ich kann nicht rum ich muss darum sie hocken schon wieder auf diesem vorsprung ich glaube ich spinne jungs was macht ihr eigentlich immer hier ich habe jedem nicht gekillt ja